Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch kurz erklären, wo ich die größten Chancen, Geld zu verdienen und beim Vermögensaufbau im Jahr 2024 sehe. Vielleicht mal ein paar Kommentare, wo wir heute stehen und wohin vielleicht die Reise gehen könnte. Man hat sicherlich gesehen, Kryptos haben das Blutbad 2022 gehabt, 2023 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Börsen haben All-Time-Highs, die Anleihen haben natürlich ein sehr schwieriges Jahr gehabt und Gold hat sehr gute Zeiten gehabt und die Immobilien haben ihr Annus Horribilis im Jahr 2023 entsprechend gehabt. Und wenn man sich jetzt mal die Anlageklassen ansieht, kann man folgendes, glaube ich, beobachten. Das eine ist einmal, Immobilien, glaube ich, sollte für Bestandshalter, also für Bestandsimmobilien, das Tal der Tränen durchschritten haben. Die Kombination aus Preisen, die um 30 oder 25 Prozent auch in guten Lagen gefallen sind, stark steigen mitten aufgrund der Tatsache, dass fast nichts mehr gebaut wird, wir weiterhin Zuwanderung haben und daher immer größeren Wohnungsmangel und auf der anderen Seite der Tatsache, dass auch die Zinsen, auch die langfristigen Zinsen bereits wieder signifikant gefallen sind, sehe ich bei der Immobilienbranche sehr positive Möglichkeiten und sehr viele Möglichkeiten Geld zu verdienen, wobei im Laufe des zweiten Halbjahres der Wettbewerb immer mehr zunehmen wird. Das heißt, für den Einkauf ist sicherlich jetzt nach Jänner, Februar der beste Zeitpunkt und dann im Frühjahr wird es sicherlich etwas teurer und auch wettbewerbsintensiver sein. Und dann der Immobilienhandel wird auch sicherlich wieder im Jahr 2024 funktionieren, sofern du Know-how hast und sofern du nicht ein Hobbyfix und Flipper bist, der glaubt dich oder wie manche Hausfrauen das gemacht haben, in München eine Wohnung gekauft, keine Ahnung von irgendetwas und dann ein halbes Jahr später schon 150.000 mehr verkauft. Diese Zeiten sind lange vorbei. Also im Immobilienbereich sehe ich sicherlich im Jahr 2023 sehr, sehr gute Chancen, immer unter dem Kaveat, dass es aufgrund der Geopolitik und insbesondere des Konfliktes im Mittleren Osten und auf den Ölmärkten keine groben Verwerfungen gibt, hinsichtlich, dass sich die 70er Jahre wiederholen, das immer als Kaveat und dass von politischer Seite keine grandios dummen Dinge passieren. Das Bauträgergeschäft ist praktisch tot, außer, aber das sehe ich weder im Jahr 2024, weder in Österreich noch in Deutschland. In Österreich sind Wahlen, in Deutschland ist die Regierung praktisch zerstritten und das Budget wurde vom Bundesverfassungsgerichtshof zerfetzt, als verfassungswidrig, dass es wieder starke Neubauförderungen gibt, wie das KfW 55 Programm in Deutschland. Also bauen wird sich kaum rechnen, aber Immobilienbestand aufbauen und auch Handel, glaube ich, wird ein sehr lohnendes Geschäft werden. Bei Krypto sehe ich langfristig sehr viel Potenzial, allerdings muss man halt auch jetzt berücksichtigen, die Märkte sind auch schon stark gestiegen, aber es gibt sicherlich gerade im Altcoin-Bereich, jetzt war ja der Anstieg vor allem mal bei den ganz Großen, fokussiert, insbesondere auch Bitcoin ist mehr gestiegen als Ethereum zum Beispiel, aufgrund des Bitcoin-ETFs, dass sicherlich in dem Bereich sehr viel Geld verdient werden kann, außer es gibt sehr, sehr grobe politische Regulierung oder eben auch Zinsverwerfungen. Ein weiterer Punkt, wo man auch sehr viel Geld verdienen kann, bei den fallenden Zinsen, Zinsmärkten, selbst wenn sie leicht fallend sind, sind Anleihen, bei langfristigen Anleihen. Und zwar vor allem Staatsanleihen von Ländern mit ordentlicher Bonität, bei Corporate-Bonds muss man aufpassen, dass oft durch das Rating sich der Firmen durch die schwierige Wirtschaftslage aber nicht verschlechtert und damit natürlich die Preissteigerungen, die sich durch die Zinsreduktion ergeben, wieder kontokarieren, aber auch Anleihen für den 2024 durchaus eine attraktive Anlageklasse seien, sie zahlen durchaus respektable Zinsen, die mittlerweile ähnlich wie die Inflation sind, vor allem in den USA wohlgemerkt, in Europa ist eine Spur anders und hängt auch davon ab, wieder welches europäische Land wohlgemerkt. Wenn die Zinsen fallen oder zumindest nicht mehr eskalieren, dann hat das natürlich positive Auswirkungen auf die Anleihenpreise. Bei Gold sehe ich weiterhin, dass es ins Portfolio gehört, weil wir haben weiterhin schwierige, turbulente Zeiten, da ist immer Gold als Krisenreise sehr viel gut, auch wenn gleichzeitig werden ja auch immer mehr doch weiterhin Geld gedruckt, das heißt langfristig führt das ja zu einer Entwertung der Währungen und damit ist natürlich Gold auch ein stabiler Anker im Portfolio, er ist natürlich auch entsprechend liquide. Und was sicherlich auch noch sehr interessant ist im Jahr 2024 sind Beteiligungen. Also wenn du sagst, ich kaufe ein Unternehmen an, beispielsweise die Private Equity-Beteiligung, also die Kaufpreise für nicht börsennotierte Unternehmen sind fast kollabiert. Es gab sicherlich Zeiten, wo nicht börsennotierten Unternehmen teilweise zum 10-fachen EBITDA, oft Adjusted Forward EBITDA gehandelt wurden, derzeit gibt es wieder viele Firmen für drei-, vierfachen EBITDA oder Cashflow, manchmal sogar zum Zweifachen. Und gleichzeitig kann es auch sein, wenn man Firmen digitalisiert, restrukturiert oder ähnliches, wenn man hier auch wieder sehr rasch, sehr gutes Geschäft macht. Das heißt auch das Beteiligungsgeschäft, wenn man viel Geld hat, ist etwas, was sehr attraktiv ist. Bei Aktien, glaube ich, muss man schon etwas vorsichtig sein. Es gibt natürlich viele Aktien, die auch noch relativ günstig sind, zum Beispiel jetzt auch die Immobilien-Aktien. Aber man muss sicherlich in Teilbereichen auch durchaus Vorsicht walten lassen, weil die Börsen sind bei All-Time-Highs. Aber es kann natürlich noch weitergehen, wenn die Zentralbanken jetzt wieder die Zinsen senken und wir natürlich das Kursfeuerwerk beschleunigen. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, viele Unternehmen haben natürlich aufgrund der geopolitischen Lage auch durchaus nicht ganz einfache Zeiten. Das heißt, man muss gerade im Aktienmarkt sehr flexibel sein und natürlich auch sich genau anschauen, welche Aktien man kauft. Tendenziell ist es eben dort schon ziemlich teuer gerade. Das wäre mal dort, wo ich meine Chancen bei Vermögensaufbau sehe. Wo kann man Geld verdienen? Mittlerweile durchaus in sehr vielen Branchen, aber es gibt halt wie immer Branchen, wo man sich anstrengen muss, Geld zu verdienen. Es gibt andere Branchen, wo man sich anstrengen muss, kein Geld zu verdienen. Und dazu zählen insbesondere sicherlich das ganze Thema Künstliche Intelligenz, Data Science, Online Marketing, also alle digitalen Fähigkeiten, IT und Programmieren nach wie vor. Auch Verkauf, online wie offline, ist ein extrem wichtiges Thema, wo man sehr gut verdienen kann. Gerade in schwierigen Zeiten sind gute Verkäufer noch wichtiger als in Bump-Zeiten. Auch Professional Services, insbesondere Steuerberatung, ist immer zunehmend mehr ein Mangelberuf. Dann eine Sache, die ich ethisch ablehne, wo man auch fairerweise viel Geld verdienen kann, ist das ganze Thema der Rüstung. Auch dort sehe ich auch Kombination Rüstungsindustrie und digitale Themen und AI. Ethisch sehr, sehr fragwürdig, natürlich ein Riesenthema. Dann ein Riesenthema, wo man auch viel Geld verdienen kann, sind die ganzen Themen, was die energetische Ertüchtigen der Wirtschaft ist. Aber natürlich auch das ganze Thema ESG, das ganze Thema Climate Mitigation. Das heißt, dass ich Städte und Infrastruktur darauf vorbereite, dass Wetterextreme häufiger werden, wie beispielsweise Hagel, Stürme, Fluten und ähnliches. Auch dort in diesem Bereich ist sehr, sehr viel Wachstum. Dann natürlich auch im ganzen Bereich Sicherheit, Security, Compliance. In diesem Bereich ist auch ein Thema, was ich sehr ablehne, aber wo man sicherlich in den nächsten Jahren sehr viel Geld verdienen kann. Also das nur ein paar Beispiele. Die Finanzbranche wurde schon oft totgesagt und ist trotzdem noch ein Bereich, wo viel Geld fließt. Auch wenn sicherlich gerade Venture Capital Fonds, auch Private Equity Fonds, teilweise ihre Wunden lecken müssen in den nächsten Jahren. Auch in Investment Banking läuft derzeit nie alles andere als rund. Kommt natürlich darauf an, welcher Bereich. Aber gerade bei M&E oder auch Börsegänge haben derzeit schwierige Zeiten. Die werden sich auch nicht so viel ändern. Auf der anderen Seite, manche Trading Desks sind natürlich durchaus sehr lukrativ. Beispielsweise im Commodity Bereich, um nur ein Beispiel zu geben. Und das Bankgeschäft. Die Banken hatten 2023 ein sehr gutes Jahr, weil eben die Zinsmarische zwischen 0% den meisten Leuten Zinsen zahlen und 5% Zinsen kassieren, den Banken viel Geld hereingebracht hat. Also im Finanzbereich ist weiterhin auch gutes Geld zu verdienen. Aber wenn du richtig Kohle verdienen willst, geh in den digitalen Bereich, geh in den Verkauf. Dort ist sicherlich, oder gehen diese ganzen Themen, Klimapolitik, energetische Ertüchtigung der Wirtschaft, Climate Mitigation, dort fließt überall sehr viel Geld hin. Und wenn du keine ethischen Skrupel hast, was ich ablehnen würde, kannst du nicht auch im Bereich Defense und Rüstung gehen. Also dort wird überall ein Spargel Geld gedruckt. Und last but not least, sicherlich auch das Gesundheitsthema. Pharma heißt immer der legale Drogenhandel mit der Profitabilität des Drogenhandels. Und natürlich auch im Gesundheitsbereich in Kombination mit Digitalisierung ist auch sehr viel Geld zu verdienen. Und das muss dir ganz klar sein. Du wirst 2024 noch Geld verdienen, wenn du fleißig bist, wenn du kreativ bist, wenn du auch Geopolitik verstehst, wenn du Zinsen, Zentralbanken verstehst, wenn du eine wirtschaftliche Bildung hast, wenn du eine politische Bildung hast, wenn du entsprechend kreativ bist und so weiter. Also wenn du sagst, ich bin den normalen Trend und du mal faul sein und Ähnliches, chillen und möchte nicht mehr so viel arbeiten, dann musst du halt das Anwurtsgelübde ablegen, wie ich auch mein Sohn gesagt habe, während du faul bist, musst du halt Datsche oder Schubkarre oder Eichsam fahren. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, wie es sowas gibt. Der allgemeine Wohlstand sinkt. Das heißt, der Vermögensaufbau bedeutet schon Arbeit. Und auch da muss euch eines klar sein. So wie in Nullzinsphasen, dass man einfach nichts kann, nichts tut und viel Geld verdient, sei es jetzt im Kryptobereich, im Startup-Bereich, im Aktienbereich, im Immobilienbereich, die Zeiten lagen vorbei. Egal wo du aktiv bist, du musst was können. Du musst was lernen und du musst dann entsprechend auch daran arbeiten. Also am Aktienmarkt kann man Geld verdienen, aber es ist nicht so, einwanderblind, alles kaufen, das wird nicht funktionieren. Dasselbe gilt, der Immobilienmarkt, so wie Schweck und cool sein und in Dubai die Zeit verbringen, während die Bausteine in Dortmund ist, die Sachen spült es auch nicht mehr. Da wirst du auch auf die Fresse fallen. Auch wenn jetzt der Markt wieder sich etwas beruhigt und leicht zurückkommt. Und auch im Kryptobereich, dass alles steigt, so einfach ist das nicht. Ich glaube, da wird es noch einige Rückschläge geben, auch regulatorischer Natur. Das wird nicht so einfach sein. Das heißt, du musst flexibel sein, du musst rasch agieren können, du musst geschickt sein und bauernschlauig, suchst schon hin und du musst wirtschaftlich gebildet sein, sonst wird es nichts. Das heißt, strengt euch an, gebt Gas. Ich sehe sehr positive Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Ich werde zu den Leuten sicher dazugehören, weil ich auch, wie gesagt, auch 2024 nicht plane, vom Gas herunter zu gehen, sondern weiterhin sehr fleißig zu sein und mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Macht mir auch viel Spaß und das wünsche ich euch auch, dass ihr das ebenso tut. Wenn ihr das tut, stehen euch gute Zeiten mir vor. Wenn nichts tut, solltet ihr vielleicht so Karridas gehen und das Armutsgelübde ablegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für 2024. Wenn ihr mehr zu diesen Themen hören wollt und euch die Themen interessieren, abonniert euch meinen Kanal und in diesem Sinne alles Gute nochmal für 2024.